So liebe Freunde, diese Installation sollte kein Mensch machen, der keine Fachausbildung hat dazu, weil wir sind hier im Hochvolt-Bereich und deswegen Finger davon, nur Fachleute, das ist ganz ganz wichtig. Gestern habe ich euch gar nicht gezeigt, wie die Nadelsäule am Wagen funktioniert. Pass mal auf, ich zeige euch das mal, ich schalte nur kurz so einen Augenblick. Wo ist die Nadelsäule jetzt, wo ist da oben, zack, gerade der Regen, also da bin ich, jetzt sind wir schon an zum Ding, ich muss das mal abends machen, das ist bestimmt abends zu treibbar, also muss man auch drücken und rausziehen. Jetzt nehme ich das Ding, machen wir kurz aus. So, habe ich noch ein paar Dinge hier rein, zack, fertig und, zack, funktioniert. Und da, gerade die Lagen, schön, guck mal, jetzt bräuchte ich die, das muss ich mal nachts machen, abends sieht das bestimmt total genial aus, freu mich drauf, demnächst mit diesem Kino. Bis zum einen! Untertitelung des ZDF, 2020